Schüsse auf Killerwale. Immer wieder feuert die Besatzung eines Katamarans auf Orcas im Wasser. Die spanische Tierschutzpartei hat dieses Video veröffentlicht. Aufgenommen wurde es demnach von einem Touristenboot in der Straße von Gibraltar, der Meerenge zwischen Spanien und Marokko. Immer wieder greifen Orcas in der Region Segelboote an, beschädigen sie stark. Nun wehren sich offenbar die Skipper mit fragwürdigen Methoden. Die Killerwale stehen in Spanien auf der Liste gefährdeter Arten. Sie zu töten, zu fangen, zu jagen oder zu stören ist verboten. Die Tierschützer appellieren deshalb, Vorfälle wie diesen zur Anzeige zu bringen. Außerdem veröffentlichen sie Tipps, wie sich Bootsbesatzungen bei Begegnungen mit Orcas verhalten sollen. Segel einholen, nicht anhalten, sich mit hoher Geschwindigkeit in flachere Gewässer retten.